Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei mir. Ich habe hier das PS4 Spiel Dirt Rallye 2.0 in der Game of the Year Edition mit neuen Colin McRae Bonus Inhalten. Freigegeben ist das ganze ab Null. So sieht der Spine aus und so die Rückseite. Es geht für 1 Spieler, Netzwerkspieler 2 bis 8, mindestens 30 GB zu installieren, DualShock 4 Vibrationsfunktion, eine Auflösung von 720p bis 1080p in HD, unterstützt Remote Play der PS Vita und ist PS4 Pro optimiert. Vielleicht das ganze jetzt mal unboxen. Ja, schauen wir rein. Hier haben wir die Spiele Disc, ganz cool gemacht. Hier befindet sich ein Code hinten drauf für die Bonus Inhalte und eine kleine Anleitung. Das finde ich auch sehr lobenswert. Ja, das war das kleine Unboxing zu Colin McRae zu Dirt Rallye 2.0 in der Game of the Year Edition. Entschuldigung. In der Game of the Year Edition für die PS4. Ich bin damit raus, sage Danke, bis zum nächsten Mal, wieder einschalten. Tschau.